herzlich willkommen zu einem Vorgang von minecraft ja weil er mir daher einfach nur stein rein um wir müssen wieder in die Mine aber gerade keinen besseren Place habe um ein paar Steine zu farmen und hiermit verabschiedet sich auch der Shader von uns der nämlich in Höhlen extrem dumm eingepasst ist das laufen ach egal es war immer wieder logisch oder du musst dich hier gleich angesprochen fühlen meine ich mache hier so einen Gang und ein kleiner Raum da geht es ja nach unten warum bin ich über i drücken das geht so aber nicht 2 3 haben wir 1 ja immer quasi 2 schritte quasi unten und dann geht es wieder von hier nach unten dann geht es wieder von hier nach unten dann geht es wieder von hier nach unten 1,2 1 2 2 2 4 4 5 6 5 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 7 8 7 7 9 9 9 10 10 10 9 10 10 das ist ja auch wirklich nicht alter hier schwirrt zu viel vor allem muss ich mir noch mal einen ofen machen jetzt bekomme ich das ding hot topic das schwerste alles schwärmen so so und so kann dann ist weg wenn ich 20 eisen ab wenn sie die spitzhacke mal und meine letzten paar schuhe glaube ich keine mehr und soll ich vor allem rüstung sein ich bin jetzt genau und gleich weitermachen und hier oh ich bin vor allem beim fang wäre ich fast gestorben weil ich überleicht du das wäre risk ich meine wir sind hier im professionellen kanal von mir also kannst du professionell werden mal lager verstehe ich immerhin gibt es hier schön viel kohle und redstone und so wenn ich mir immer ich weiß redstone verkabelung werde ich jetzt erst später so oder so machen aber und so hier ist halt auch einfach mal gold ich habe immer hat ja sonst nichts anderes zu tun hier ist immer dann 15 aber ich gehe immer mit zehn farmen das ist nämlich also mein thema so schüttmann schüttmann hier hinten ist so mein ding ich weiß auch nicht ob ich gut darin bin ich meine ja irgendwann findet man diamanten aber man braucht die perfekte geduld um diamanten zu finden und zu bekommen und eigentlich weiß ich wie die hand mit dem ding aussehen ob die auch rot sind durch die regierung vergleicht aber acht gold schön ist am strip mein du bekommst davon schön cobblestone ich höre neben mir gerade es ist überwärter strange das hört sich angeht als welche nähe von lava da ist die lava die lava wird einfach immer näher immer lauter das hört sich einfach jetzt direkt über da vielleicht nicht über mir da Ja, ich würde sagen, ich laufe mal wieder retour, steck mir noch alles Gold mit, nimm meine Werkbank to go mit, werf das hier weg und verpiss mich. Das ist ja gut, das Salven kann man noch mitnehmen. Schade, wäre das jetzt die schöne, wenn sie da auf einmal so die Allmanden rausschimmern würden. Und so. Aber wir haben ja jetzt hier ganz gediegen, ein bisschen Cobblestone. Das brauche ich halt auch, Cobblestone. Also, ich würde nicht sagen, dass es schlecht war. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Gutes geschafft, in der Zeit. Wir gehen natürlich immer wieder raus, wenn es dämmert, wenn gerade die Dämmerung ansetzt. Wenn es Nacht und kalt draußen ist. Aber irgendwie auch immer nur genau dann gehen wir raus, ne? Wie es aussieht. Guck mal, was ist. Oh. Ach man, nehmen wir dieser Baum, Alter. Weil wieder explodiert ist. Alter. Immer diese Nacht, Alter. Danke, dass ich auch mal schlafen darf. Nein, der Grieber hat den einen Baum kaputt gemacht. Aber er hat mir zwei Stämmen her gelassen, der Grieber. Also, er ist ja richtig ruthless, Digga. Ich überlege halt auch noch, wie ich baue und so. Also, sprich, ich überlege alles mögliche gerade. So, Kaktusgrün, Malagöf, Stisch, Quebec. So, hier oben habe ich erstmal noch eine Doppelkiste. Das mache ich irgendwie immer. Hier, wo nur Erze reinkommen. Nur Erze. Dabei noch ein bisschen hier. Ein paar Strings. Ein bisschen Cobblestone können wir reintun eigentlich. Das überall ein wenig was ist. Das kann zu dem Bereich hin. Und Pfeile. Damit würde ich sagen, war es das bei der heutigen Folge von Minecraft. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.